In diesem Video möchte ich dir erklären, warum passive Einkommensströme für mich so extrem wichtig sind, mir verdammt viel Wahlfreiheit geben in meinem Leben und in Bezug auf die Gestaltung meines Lebens und dann werde ich erklären, was meine persönlichen Top 5 passiven Einkommensströme sind. Bereit zum Durchstarten? Erstmal vorab, passive Einkommensströme bedeutet, dass dir Geld zufließt durch die Aktionen sozusagen, die du davor in Angriff genommen hast, sagen wir es mal so, und du dann einfach im Prinzip nichts mehr dafür tun musst. Gegenbeispiel ist, du gehst auf die Arbeit und bekommst monatlich dein Gehalt und das passive Einkommen bzw. deine passiven Einkommensströme funktionieren sozusagen unabhängig davon, ob du jetzt in diesem Moment arbeitest oder nicht. Und warum sind die so wichtig für mich? Also im Prinzip ist es so, jeder kann sich natürlich selber dafür oder dagegen entscheiden, zum Beispiel in einer Firma zu arbeiten, ganz normal als Angestellter. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass da ohnehin überhaupt gar nichts dagegen spricht, also lassen wir mal die Kirche im Dorf, denn heute kriegt man ja fast den Eindruck, dass derjenige, der im Büro arbeitet, ein Loser ist. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Nicht jeder muss ein Online-Unternehmer, ein Großer werden oder ein Entrepreneur, wie man so schön neudeutsch sagt. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. So, jetzt ist es aber so, dass wenn du ein passives Einkommen dir aufbaust und sagen wir mal, du verdienst damit 500 Euro oder 1000 Euro oder lass es auch ein bisschen mehr sein. Ja, wir müssen jetzt gar nicht so ins Extreme gehen irgendwie und sagen, ja gleich 10.000 Euro oder sonst irgendwas. Aber gehen wir mal davon aus, du hättest jetzt 1.000 Euro im Monat, die du an passiven Einkommensströmen erzielst. Das heißt, diese 1.000 Euro bekommst du immer, unabhängig davon, ob du jetzt auf die Arbeit gehst oder ob du es nicht tust oder viel wichtiger, unabhängig davon, welchen Job du wählst. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses passive Einkommen so extrem wichtig und positiv finde. Denn viele Leute gehen zur Arbeit und finden es zum Kotzen, um es mal ganz klar auszudrücken. Und der Mensch ist aber mittlerweile so drauf geeicht, einfach nur zu versuchen, sein Vermögen zu maximieren. Und wir leben ja in relativ hohem Standard oder mit relativ viel Luxus, dass man eigentlich gar nicht darauf verzichten will, relativ viel Geld zu haben, wenn es irgendwie geht. So, jetzt gehen wir aber mal davon aus, du hast diese 1.000 Euro im Monat schon fix. Dann kannst du natürlich auch sagen für dich, also der eine Job, der würde mir besser gefallen und ist aber ein bisschen schlechter bezahlt. Und der andere Job, der ist besser bezahlt, würde mir aber nicht so gut gefallen. Und leider ist es heute so, dass so viele Leute normalerweise dann einfach den Job wählen, der besser bezahlt ist. Und das gibt dir natürlich in diesem Fall jetzt durch das passive Einkommen eine Wahlfreiheit, weil du einfach sagen kannst, mir doch egal, dann verdiene ich halt in dem anderen Job 500 Euro weniger. Dafür macht es mir Spaß. Und das ist so extrem wertvoll und extrem wichtig. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass du vielleicht ein Stück weit Wahlfreiheit hast, ob du denn überhaupt 40 Stunden arbeiten willst. Vielleicht findest du einen Arbeitgeber, bei dem du 20, 25 oder 30 Stunden arbeiten kannst und kannst sagen, okay, dann kann ich einfach mir meine Freizeit besser einteilen, habe ein bisschen mehr vom Leben und so weiter. Und deswegen ist das für mich so extrem positiv zu bewerten. Und deswegen stecke ich auch viel Energie erstmal rein, um mir diese passiven Einkommensströme aufzubauen. So, jetzt fragst du dich natürlich, was sind jetzt so klassische passive Einkommensströme? Und ich sage dir jetzt einfach aus meiner Erfahrung, beziehungsweise meiner individuellen Situation, das kann natürlich für dich anders sein, sind es die folgenden fünf. Zum einen sind es Werbeeinnahmen, das sind hauptsächlich hier über den YouTube-Kanal, manche meiner Videos monetarisiere ich ja mit Werbung, sind das Werbeeinnahmen über das YouTube-Partnerprogramm. Das heißt, jeder, der ein YouTube-Video erstellt, kann ja das YouTube-Partnerprogramm ab 1.000 Abonnenten jetzt mittlerweile und 4.000 Stunden Viewtime in den letzten 12 Monaten, kann er dieses YouTube-Partnerprogramm verwenden, kann damit Werbeanzeigen zulassen und dadurch monatliche Einnahmen generieren. Und das ist ja fortlaufend. Das heißt, wenn du diese Videos mal erstellt hast, dann stehen die online und die Leute schauen es, wenn du es richtig gemacht hast, auch in einem Jahr oder in zwei Jahren noch an. Und diese Einkommensströme, die ja versiegen nicht. Und von daher bleibt das dabei bestehen. Dann auch eine gute Möglichkeit ist Affiliate-Marketing. Und Affiliate-Marketing ist ja Provisions-Marketing, das heißt für die Empfehlung eines Produktes oder einer Dienstleistung bekommst du sozusagen einen prozentualen Anteil des Kaufpreises, wenn deine Zuschauer oder deine Blogleser oder deine Nischenseitenleser dann ein Produkt kaufen. Zu diesen Themen werde ich auf jeden Fall jetzt in der Infobox hier noch was verlinken, weil dazu gibt es ja schon einiges auf meinem Kanal. Also das ist eine zweite passive Einkommensquelle. Und auch hier ist natürlich der Fall, dass es einmal erstellt und dann bleibt es relativ lang verfügbar. Irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo es veraltet und dann nach hinten geschoben wird, vielleicht weniger Klicks kriegt, weniger gelesen wird oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist das erstmal ein passiver Einkommensstrom, der über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. Die dritte Möglichkeit, auch wenn du in welcher Form auch immer online aktiv bist, ist es digitale Infoprodukte zu erstellen, zum Beispiel E-Books. Auch dazu gibt es schon ein Video auf diesem Kanal oder Videokurse oder Hörbücher. Auch da hast du viele Möglichkeiten. Das heißt, diese drei Dinge, die lassen sich sehr gut kombinieren. Das heißt, wenn du online sichtbar bist, wenn du einen YouTube-Kanal hast, eine Website hast, einen Podcast hast oder was auch immer, dann kannst du diese drei Möglichkeiten fast immer kombinieren. Und die führen schon dazu, dass du eben passive Einkommensströme aufbaust. Genauso wichtig, also darüber hinaus gibt es in Sachen Online-Business ja noch viel mehr. Also wenn ich jetzt gesagt habe am Anfang, dass du ja kein jetzt großer Online-Unternehmer sein musst oder wie auch immer, dann bedeutet das natürlich nicht, dass du nichts dafür tun musst. Das bedeutet nur, dass du nicht deinen alleinigen Fokus darauf setzen musst, jetzt gigantisch zu wachsen und ja, was weiß ich, wie viele tausend Euro Umsatz zu generieren, sondern dass du eben das Ganze auch klein belassen kannst und das als Solopreneur sozusagen für dich alleine einfach dir genug Einkommen aufbauen kannst. So und wenn du jetzt also diese ersten Einkommensströme aufgebaut hast, dann ist es wichtig, dass du auch mit dem Geld richtig agierst. Und das bedeutet dann natürlich, das Geld nicht einfach nur zu verballern, sondern es bedeutet, dieses Geld auch wiederum gewinnbringend anzulegen. Und das führt zu neuen passiven Einkommensströmen. Besonders beliebt heutzutage oder besonders beliebt in den letzten ein, zwei, drei Jahren, sagen wir es mal eher so, sind die Peer-to-Peer-Kredite. Das bedeutet, dass du über Plattformen dein Geld an andere Menschen verleihst und dafür einen attraktiven Zinssatz bekommst, was daran liegt, dass die Kreditnehmer in Ländern wie zum Beispiel Georgien, Litauen und so weiter sitzen. Das geht ein bisschen arg weit, das jetzt hier im Detail zu erklären. Auf jeden Fall ist das eine, wenn du es gut aufteilst, dein Geld und nicht quasi alles auf eine Karte setzt, ist das ein überschaubares Risiko mit einer sehr hohen Rendite. Diese Rendite kannst du dir auch jederzeit auszahlen. Das heißt, auch dadurch kannst du einen passiven Einkommensstrom aufbauen und kannst immer wieder Geld auszahlen und hast dann sozusagen dein Geld eben gewinnbringend angelegt und das nicht verballert und dadurch wirst du noch ein Stück weit finanziell unabhängig. Und auch eine gute Möglichkeit zusätzlich, das ist dann sozusagen der zweite passive Einkommensstrom durch Anlage, sind, wenn du zum Beispiel ETFs oder Dividendenaktien kaufst, die wiederum eine Dividende ausschütten und du dadurch einen zusätzlichen Einkommensstrom generierst. Ja, und das sind sozusagen fünf Möglichkeiten. Darüber hinaus, wie gesagt, gibt es viele weitere Möglichkeiten. Dieses Video dient jetzt einfach dazu, dir vielleicht ein Stück weit die Augen zu öffnen, wenn du diese Dinge noch nicht tust. Ja, diese fünf Einkommensströme sind diejenigen, die ich persönlich in meiner Situation für am attraktivsten und am interessantesten halte. Und ja, ich hoffe, dass dir das eine kleine Inspiration ist oder aber wenn du das sowieso schon aktiv betreibst, umso besser, dann Chapeau. Und das soll es jetzt aber an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinschauen, wenn dir das Video gefallen hat. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn du jemanden kennst, der davon auch profitieren würde, dann teile das Video gerne mit ihm oder ihr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, dein Andreas. Ciao.